hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ja heute machen wir mal wieder was komplett anderes und zwar ist ja letztens vor wie vielen tagen fallgeist kostenlos geworden und ja ich dachte ich schaue mir das einfach mal an ist jetzt gleich die erste runde die spiel habe gerade erst das spiel gedownloadet ja und kein plan ich kenne das spiel nur von videos ich glaube das kann ganz witzig werden wir gehen einfach mal rein ich denke mal ich will komplett lost sein in diesem spiel aber was soll es wir schauen uns das hier wir schauen uns das hier einfach mal an wie das ist ja wirklich kein plan ob ich gut abschneiden werde ob ich schlecht abschneiden werde der kreisel das ist das erste spiel hier ok das wird schon wird schon schief gehen mal schauen wie das wird ich weiß man muss zum ziel kommt das ist am ende das weiß ich auf alle fälle aber viel mehr weiß ich auch nicht einfach hier irgendwie durch rennen wir schauen einfach mal wird sicher witzig los geht die wilde fahrt hier kommt das ding wir haben unser erstes und alles hier schon mal erfolgreich überwunden hier gibt es weiter ja es läuft ja richtig hier bei uns jetzt geht es jetzt so hier so hier rum und dann werde ich hier weggeschneidert ok alter ich will ja weg so kommen wir hier durch ja sieht gerade glaube ich tatsächlich gar nicht mal so unendlich toll aus weiter geht es hoch und wir werden weggeschleidert super soo jetzt sind wir durch mal schauen wir versuchen es einfach mal und wir sind tatsächlich auch durch soo hier rüber ich weiß nicht ob das hier gerade gut aussieht nein wir sind runter gefallen ist das wieder nicht so super gut aus ok 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 qualifiziert ja doch wir qualifizieren ist hier locker wir sind durchgekommen geiles spiel geile spiel ist er erster runde geschafft das obwohl ich das ja noch gar nicht gespielt habe sehr gut schauen so dauert ja ganz schön lang besser dass ich hier mal durchgekämpft hat er hier auch recht los um zu nahe treten zu wollen so 41 42 runde beendet ich hab's tatsächlich geschafft ich hab die erste runde überliebt da haben wir ein paar raus gehauen wir sind noch mit dabei sehr sehr gut dann ähm ja geht's jetzt weiter in die nächste runde was haben wir als nächstes spiel als nächstes spiel kommt türen laufen ach so er bricht türen und renne zur ziellinie einige sind echt andere nicht wird schon schief gehen wird schon schief gehen mal schauen wie das denn so läuft dann bis zum ende melde die falschen türen mal schauen das ist kann nur schief gehen ein glück mehr kann es nicht da sind wir irgendwo hier durch die türen durchrasen ok das ist nicht dann gehen wir hier mal mit durch mal schauen hier ist gleich direkt vorne geht's mit weiter durch 30 qualifizieren sich ja das läuft ja richtig gut hier vielleicht mal hier geht's auch nicht immer einmal raus da geht's weiter super das läuft richtig gut hier geht's weiter jetzt die letzte tür ich sag das ist meine ja ich bin durch komm wir holen uns den ersten platz sieh junge sieh wir sind einfach erst da unglaublich ja also sehr sehr gut ja durchgekommen 30 sind übrig 30 sind übrig sehr sehr gut wir sind erster geworden als nächstes folgt als nächstes skiflug spring durch die löcher um punkte zu erzielen lassen wir uns einfach mal überraschen was wir jetzt kommt einfach auf nur mal sicher woher geht es jetzt auch mal wieder los das ist ja auch mal wieder los das ist ja auch mal wieder los ja auch mal wieder los da haben wir gerade 5 punkte ist das gut ist was gut oh nein wir sind gleich glaube ich sind grad richtig schlecht dabei Ich will da nicht sparen ey, was ist das denn? So, wir haben das Silberne durch, das gibt ein paar Punkte So, dann hier nochmal durch, nein, oh, der ist uns dann schon qualifiziert Die Eiern hier bei 9 Punkten, warum das war? So, hier durch Silberne durch, so, okay, dann, was ist das? Das war dann gar nicht Silberne, aber wir haben 14 Punkte Komm, wir müssen nur noch da durch dieses eine Loch durch, dann sind wir auch qualifiziert Ja, wir sind qualifiziert Eieieiei, aber ich glaube, das war gar nicht gut Es hätte besser sein können, aber wir sind qualifiziert Und, wie gesagt, es ist das erste Mal Es ist erst das erste Mal für mich hier Und das läuft eigentlich richtig gut Sehr, sehr gut Weiter geht's Sehr, sehr, sehr gut So, die letzten qualifizieren sich da immer noch Die brauchen wirklich alle etwas länger, also waren doch noch ziemlich souverän durch Jetzt ist die Runde beendet und wir sind wieder durch, da fliegen wieder welche runter Tja, wir sind es wieder nicht Wir haben noch 18, die übrig sind Es läuft, es läuft Also, man kann nur sagen, es läuft Mal schauen, was jetzt kommt Ich bin sehr gespannt Ich bin sehr gespannt Auf alle Fälle ist das eine sehr lange Auswahl, die wir hier haben Und irgendwie Kann man sich hier gar nicht so recht entscheiden Ah, was haben wir hier für ein schönes Spiel Den Sprungclub Spring über den Drehbalken und fall nicht in den Schleim Oh, okay Mal schauen Fall nicht in den Schleim Also, es ist glaube ich tatsächlich einfach nur Hier, äh Genau Einfach nur hier rüberspringen und nicht runterfallen Beziehungsweise beim anderen Ja, jetzt kommt auch das Timing an natürlich Jetzt kommt es echt so ein bisschen aufs Timing an Der eine dreht sich immer, glaube ich, schneller als der andere Mal schauen, wie schnell das hier Mal schauen, wie schnell das hier Was verschaffen Aber das wird schon So, genau So, da hat er wieder Ich glaube, das könnte tatsächlich ein recht lange Spiel werden Oh, da ist er so runtergefallen Nein, nein, nein Okay Wir sind auch rausgefallen Fuck Geil Okay Okay, okay Ähm Runde beendet Tja Das, das, das war jetzt Ich muss sagen, das war jetzt irgendwie peinlich Das kam mir jetzt sehr peinlich vor Wir sind runter Wir sind raus Aber, aber, aber ich muss sagen, für die erste Runde Für die erste Runde es ging Für die erste Runde es ging komplett Also es hätte, es hätte wirklich Es hätte wirklich schlimmer sein soll Ja, sein können so zum Hauptmenü Ähm, wir haben ja so ein paar Erfolge tatsächlich geschafft Ähm, was man damit machen kann Damit habe ich mich noch so gar nicht Ähm, beschäftigt Das glaube ich am Ende so ein bisschen halt Auch mit Battle Pass quasi und sowas Ja, achso hier, genau Punkt Band Kostüm Ah, ausrüsten Rüsten wir einfach mal aus Ähm, sehr, 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 sehr spannend auf alle Fälle Muss, muss man Muss man Muss man so sagen Ähm, ja Jetzt haben wir, ey, was was haben Was war das denn, dieses Kein Plan Was das war Wieso geht das hier nochmal zurück Achso Achso, da hat man diese Dinger da Naja, okay Ähm, aber das war auf alle Fälle mal Ähm, ich will wieder zurück Das war auf alle Fälle mal hier die erste Runde Vollgeist, Leute Wenn es euch gefallen hat, lasst gern ein Like da Lasst auch gern ein Abo da Um keine weiteren, äh, Videos mehr zu verpassen Sonst dauert nicht mehr lang, bis F1-22 rauskommt Ähm, ja Und dann bis zum nächsten Mal, Leute Bis dann, äh, bleibt gesund, bleibt stabil Mach's gut Ciao, ciao